Heute ist Frau Heisenberg. Nach Verlängerung entführen die Gäste noch zwei Punkte aus Landsberg. Darf die Gäste trainieren, Randy Neal, recht herzlich begrüßen. Herzlichen Glückwunsch. Und unseren Trainer darf ich auch recht herzlich begrüßen. Der Andy, servus. Ja, Randy, kurz vor Schluss aus eurer Sicht noch den Ausgleich passiert, dann nach Verlängerung gewonnen. Und du bist zufrieden und spielst eine Mannschaft, wirst du das Spiel gesehen. Servus bei uns. Ja, wegen einem wirklichen Spiel werden gewusst, es wird ein harter Kampf. Wir wissen, das Spielhäuze von Landsberg, wir spielen uns ja in Brasil und gehen viel auf den Mann. Und das war ja, wo es inzwischen alles ist, dass es keinen schönen Spiel an den Sinn ist, und es war ein bisschen abgekackt von hin und her und es waren nichts Bluesticks von beiden Seiten. Wir haben eigentlich nicht schlecht gut gemacht und haben uns im zweiten Mal ein bisschen gepackt. Und, aber es war eine eigenartige Entscheidung, was wir haben gesehen hat. Und das erste Mal seit, wenn ich weiß nicht, wann es der Schirr kommt zu mir. Und ich habe ihn schon gesehen, weil er sieht das nicht, dass es war eigentlich ein Penalty. Und es tut mir leid, ich habe es nicht gesehen, aber mein Gott. Ich sagte, beim Schirmentscheid, dass jetzt wird es ohne, das muss ich sehen. Er hat kürzlich noch anders geschafft. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht das auch in der Typik aufgeschafft oder was passiert. Aber es gibt schon die Mädels noch anders vergeteilt. Aber insgesamt war es, da habe ich direkt 1.000 Punkte fixiert, wo alle dabei haben kämpft und abhippt und kämpft. Und die Beweilung habe ich mitgekriegt. Ich weiß nicht, was in meinen Vorstandsfragen haben, dass wir dürfen alle Body-Mannschaften, wenn wir uns einfach machen, Haken und Haken und Haken. Das war so circa die 80er Jahre, wo ich gespielt habe. Das war ja eine Reiseite. Ich kann nicht sagen, du hast gekauft, aber wir haben nicht gekauft. Das war ja, weil wir auch gekauft haben. Das war leider für die Zuschauer, das ist kein flüssiges Spiel. Und die Schirr hat es nicht im Griff gleich vom Anfang an. Wenn ich uns ein paar Mal rauschecken und Landsberger ein paar Mal rauschecken, dann ist eigentlich eine sinnliche Rolle. Aber leider liegt der Kerl jetzt insgesamt im Griff für beide Mannschaften. Und es ist schade in der heutigen Zeit, wo das Spiel so schnell sein, so flüssig sein. Und du bist in einer schnellen Mannschaft, läuferisch gut. Salzburg ist eine schnelle Mannschaft, läuferisch gut. Es ist bloß schade, dass die Schirr in solche Verrückungen gehen. Und ich sage von beides Seiten. Es ist für mich hier einigen gehofften Studien. Es ist einfach so, es war ja. Und wenn man das lasst das zu, dann dann eben auch das. Und wenn man den Gegner sieht, dass ein Mann das und so weiter. Und so geht es weiter. Das ist leider von ihm gesund. Direkt geteilt. Und schon ein Spiel für mich. Für das Spiel ist direkt gewesen. Dankeschön. Wir haben wieder in den Rückstand geraten. Wir haben eine tolle Moral gezeigt. Ich hätte auch kurz vor Schluss noch mal den Ausgleich erzwungen aus dem Tor herauskommen. Wie ist dein Fazit zum Spiel? Ja, ich grüße euch auch von mir. Von Anfang an war es kein politisches Spiel. Ich bin bei allen Freunden. Ich bin bei den Preisen. Aber es ist das Kampf. Von unserer Seite aus, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem, was wir gespielt haben. Wir haben uns bestimmte Sachen vorgenommen, die wir auch bis jetzt haben. Die Kleinigkeiten sind das, wo dann einfach so ein Spieler noch entscheiden können. Wenn man halt einen bestimmten Fehler einmal macht und zweimal spricht und dann andere macht und dann nochmal. Und dann kriegst du das entscheidende Gegentor. Das muss ja irgendwann einmal aufnehmen und es verarbeiten. Wenn wir sagen, dass wir mehrere Schüsse machen und wir sind in einem gefährlichen Bereich, und wir sind im Slot ansprungen, ich schalte dann ins Ecknaus, weil da einer frei ist, dann kann ich das einfach. Ich muss mehr Schüsse zum Tor bringen. Oder wenn ich da noch vor mir ist, dann muss ich die nicht ausspülen, sondern dann muss ich schießen. Fertig. Ich brauche nicht irgendwie irgendwo in der letzten Manier oder sonstigen Monat, dass die Runde her spielen kann. Und dann gehe ich vom Eis und wo wie das Gegenten ein einfacheres Eis gespielt. Die Pleinigkeit muss man immer abstellen. Und ansonsten war das ein Spiel, der ich den auch noch vorhin gezeigt habe. Und ich denke, dann können wir noch kreuz. Trotz der Niederlage der Verlängerung positiv ins nächste Spiel gehen. Ja, du hast schon angesprochen, nächstes Spiel. Für uns steht am Wochenende noch ein Hard-Druck auf dem Programm. Auswärts in Memmingen. In Memmingen waren dort spielfrei. Wir haben auch ein paar Gesichter im Stadion gesehen. Wie wohlste du das Spiel anmeldet? Wie willst du diese Leitzinsfehler oder die immer wiederkehrenden Fehler jetzt besonders abstellen? Wir treffen uns nun zu den Dreyer. Das werden wir in der Fall ein paar Schmahne werden nachher alles unterhalten. Wobei das dann so entstanden wird. Die Laminin erfahren ja in der Wirtschaft, die wissen natürlich, wie man hätte gespielt. Die Fehler, klar, es werden da auch wieder von mir kommen. Wenn wir nach Verwischen schauen, dass wir die Fehler dezimieren, dass die ähnlicher werden müssen. Wir schrift für schrift nach vorne kommen, dass jeder die Wolke auch seine Leistung bringt, das Spielsystem, was wir uns vornehmen, und dann, wenn jeder Einzelne an sich arbeitet, dann werden dann diese Kleinigkeiten abgestellt werden. Du musst abgestellt werden. Dann denke ich, dass die Bremse dann auch so leicht was möglich ist. Wenn man mit Sicherheit sehr spielstarke Mannschaft, viele ähnliche, wahrende Spieler, wahrende Trainer, und da denke ich, wo denn das alles Spiel hat? Wunderbar, danke, Herrn Pärs. Gibt es sonst noch Fragen an die beiden Trainern? Wenn sich keine, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und den Gästen, dass ihr Heimfahrt weiterführen. Bis dahin, euch wieder vollkommen Sonntag in München. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir die Zuschauer, die nächsten Treibergäder, das nächsten Heimspiel gegen Gärmeling, hier in Landsberg fließen dürfen. Danke schön. Danke schön.